hallo und guten morgen mein name ist doc standard und ich befinde mich in halloween town und ich habe was feines für euch mitgebracht hier im hintergrund seht ihr schon die burg mehr will ich gar nicht noch zeigen ich gebe ein bisschen orientierung wo ich bin ich stehe hier auf dem berg und da hinten da sieht man jetzt ich habe markierungen gemacht ich wusste nicht dass man die alle sieht in der oberwelt und zwar für all die sehenswürdigkeiten dahinten habe ich da markierungen gemacht man sieht das schon einiges da unten den friedhof und ich spoiler schon wieder dinge die noch nicht fertig sind ja und falls ihr bock habt es ist noch genug platz hier auf der karte ja obwohl ich hier ja schon ordentlich bilder gesetzt habe ja dann kommt vorbei und wie das geht das zeige ich euch jetzt du magst halloween und minecraft unterstütze uns in halloween town jeder beitrag egal wie klein ist wichtig willst du mitmachen dann komm auf meinen discord kanal der link ist in der video beschreibung hast du dich verifiziert findest du dort alle infos um auf den server zu kommen gespielt wird vanilla also ohne mods in der java version 1.19.1 mach mit so und ich stehe hier am eingang hier und das ist das gebäude um das ist heute geht das wunderschöne schloss und die erbauer nennen es hier anwesen was die maßloseste übertreibung des jahres ist anwesen von und zu rosario 16 105 erbauer tiger manko und ksm 1 bauzeit 15,84 stunden ja wobei ich das gefühl habe die außenmauern standen innerhalb von sich da kommt ein geist wie ist das denn und was hat er da hinten dran also die asu besteht ja nicht mehr ja hier ist ein geist der ist mit command blöcken gelöst den habe ich mir schon angesehen und der jetzt hier runter auf jeden fall hat dieses anwesen eine geschichte und da blicken wir mal ganz kurz rein und zwar eine wahre weitererzählung was ich schon wirklich ein gehist alle eine geniale formulierung finde weil eine weitererzählung ist immer ja mit vorsicht zu genießen also das hier ja fällt in den bereich der legende natürlich so und weiter geht's das anwesen von rosario wurde 1605 erbaut bei dem bau der jetzigen bruchbude ja ja bruch wurde fanden damals sechs arbeiter den tod weswegen graf rosario von jedem verabscheut wurde er ließ die arbeiter zwölf jahre lang tag und nacht schuften ohne pause nach der fertungstellung des anwesens ließ ein großes fest veranstalten wo alle in seinem land lebten hingehen mussten natürlich wollte dies keiner da er ein grausamer herrscher war und die noch lebenden arbeiter zu tode verurteilt wurden weil sie ja für nichts mehr zu gebrauchen waren und wie es so war kam auch keiner zu seinem fest außer eine junge frau ihr direkt gegen ihren willen zu seiner frau machte das ist ein ganz sympathischer dud so sie lebten zusammen aber die frau hat sich dann umgebracht weil sie aber ist ja wieder weil sie mit dem grafen nicht klar kam als der graf von ihrem tod erfuhr war er am boden zerstört jeden tag bis heute bringt er neuen mon an ihr grab ihre meistgeliebte blume ja dann wollen wir schauen wir spulen mal zum anfang zurück für den nächsten fertig und verfolgen mal den geist hier ich habe mich den verdacht dass wir es hier mit dem grafen zu tun haben dem geist des grafen und der geht hier die treppen runter was ich auch schon ziemlich geil finde dass geister die treppe runter gehen schon doch an die schwerkraft zu sein so und hier kommt er an ein beet ein kleines beet was hat er da gemacht hat er vielleicht blumen gepflückt hat er vielleicht blumen gepflückt und jetzt geht es weiter wir schauen uns das hier weiter an so und er geht runter warum hat er nicht da gepflückt naja man weiß es nicht gut und nun das ist das grab der frau und er wirft da er wirft den mond da rein und verschwindet wieder und das macht der tag für tag um sein schlechtes gewissen zu beruhigen jawohl und hier hoppeln noch ein paar häschen rum ja da wie immer auf friedhöfen so aber das ist schon ziemlich cool gemacht und ich weiß hier an dieser stelle gibt das auch ein kleines geheimnis jahr als das habe ich schon gesehen dachte im beobachter modus wird das nicht machen ich war gar nicht nur beobachter modus wenn man hier durch dieses tor nämlich reingeht durch diese seite müssen wir hier lang geht dann gehen die feuer an finde ich auch ziemlich geil weil ich zunächst sehr irritiert als ich es festgestellt habe und es geht von alleine wieder aus und wir müssen uns das ganze gebäude aber noch mal einmal von außen angucken und ich habe das gefühl ich kann das überhaupt nicht richtig würdigen so und deswegen deswegen habe ich für euch jetzt ein kleines replay vorbereitet ein bisschen cinematic hier und 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 so und wenn ich alles richtig gemacht habe dann ist das replay hier rausgekommen und wir sind jetzt vor dem eingangs portal und das ist auch noch mal eine coole sache hier kann man die festungstechnik an und ausschalten also die ganzen command blöcke werden dann gestoppt damit hier nicht ja lecks entstehen auf seinem server finde ich ziemlich geil ist jetzt an ja und wir gehen hier rein drücken den knopf und freuen uns auf das gruselige da ist wohl einer schnell abgehauen ja hoffentlich dem geistig begegnet und diese tür ist auch ziemlich nice und das schiebe tür auch mit command blöcken gemacht sehr sehr geschmeidig die die tür zu so und wir kommen hier in das schloss herein das ist ein bisschen aus dem feld das ein geist das ein geist und das muss ich etwas verraten ich muss etwas verraten lass mich hier raus lass mich hier raus ich muss etwas verraten ich zeige immer was moment ich habe nämlich seinen kopf geklaut hier so dann kann ich ihm den wieder geben ja ja ich gebe dir deinen kopf wieder hier ja da hat er seinen kopf wieder und er verfolgt einen hier hier unten bin ich sicher nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht und der wohnt da in diesem kasten drin ja und hier ist auch noch ein kleiner vampir kopf so in diesem kasten wohnst du also so so jemand wieder ins körbchen ach ich finde das geil dass ein verfolgt so und hier kommen wir schon in den turm rein aber hier kommt man auch einmal so hoch und kann sich diesen turm angucken der ist reine dekoration da ist nichts drin und der geist hat uns gott sei dank verlassen so und wir kommen nun in diesen turm hier ich mache mal die tür zu und wir gehen erst einmal nach oben und die wendeltreppe hoch und die wendeltreppe hoch nur nicht runter schauen es ist die wendeltreppe des grauens weil sie so lange dauert und man schwindelig ist bis man oben da ist und hier haben wir eine hexe und die zaubert hier hat lapis hier in der hand und bis man natürlich zum zaubern braucht und versucht dieses schwer zu verzaubern bin ich sehr sehr nett gemacht so ist das mit command block oder mit unsichtbarem rahmen ich glaube mit command gemacht aber ja trotzdem sehr schön das ist trotzdem sehr schön sehr schönes detail so ich hänge hier irgendwo fest ich muss hier runter und wir gehen die treppe wieder runter haben einen zaubertisch uns besorgt und ein schwert wer weiß was man damit noch anstellen kann hier sind wir reingekommen und hier kommen wir raus hier gibt es verschiedene möglichkeiten einmal können wir hier nach oben ein bisschen laufen und kommen dann an diesen gang und wo geht es dahin waren wir da nicht schon ach so ein bisschen da ist der eingang genau hier geht es dann so runter ich glaube das ist nicht so richtig vorgesehen dass man hier lang kommt da wäre der geister geister geist ich glaube ich habe wieder ab so und zum anderen haben wir uns verirrt macht nichts wo waren wir denn wir kommen hier raus genau da sind wo gegangen dann kommt man da in ein gebäude rein in das eigentliche anwesen aber ja hier kommt nämlich die treppe hoch aber das erkunden wir von der anderen seite und wir können hier irgendwo runter durch seine höhle das schloss ist ja auch in der höhle gebaut und hier auch sehr schön detailreich mit den wurzeln und den wir heißen die dinger tropf stein und hier ist noch etwas übrig geblieben sind wir gar nicht noch gar nicht entdeckt habe und oh ja da haben wir auch noch jemanden wer auch immer das sein soll na vielleicht ist das dass der sagt vom graf ja 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 natürlich guck mal die an da ich habe wieder erkannt wer die appenbeine die waren es und hier geht es lang hier geht es lang hier geht es lang und dann kommen wir hier wieder raus so bloß nicht ja von hier aus kann man dann zum gab der frau gucken das ist natürlich ein seltsamer du jemanden zu heirat zwingen und oder kommt da gerade ja und jemand zu heirat zwingen aber dann so viel herz zu haben dass man als geist durch die gegend irrt also ich sage mal so der hatte schon gewaltig einen an der mütze als er noch gelebt hat jetzt wollen wir gar nicht drüber sprechen so gehen wir mal hier rein so hier ist sind getrobenhaken vielleicht können wir da was anhängen lieber nicht schöne getrobe und das ist einfach eine spielerkennung die automatisch das aufmacht ein ambos es ist praktisch eine ganz normale bude die auch ein spieler haben könnte hier mit einem tisch der sitzecke viel blut auf dem boden ja einige spieler spielen so hier ist ein koch ja der ist für die hexe da die hex ist hier anscheinend eingezogen ich habe so ein bisschen verdacht erinnert ihr euch an die folge mit dem hexenhaus ja die ist ja vertrieben worden ratet mal welches haus sie sich genommen hat haha ja so genau also ich gehe davon aus so in halloween town hängt alles zusammen hier brät ein zombie arm oder soll es ein stück fleisch sein man weiß es nicht so hier kann man rein leider ist nichts in den kisten ich komme nicht dran sehr schade ich habe die laterne ausgetauscht danke kurz war ich irritiert gedacht das kann doch nicht so sein hier ist ein drachenkopf wo wir haben einen drachen zerlegt und den gibt es jetzt zum abendessen der koch sieht auch sehr beschäftigt aus wie sie denn kommt hier sind wir oben in einem studierstübchen in der mitte so was wie ein kamin schauen wir rein da drin etwa was moment und der seite mal gucken ja okay da ist irgendwas was hier über dem kessel dünstet oder so ja und die ist jemand hier ist jemand hier ist noch eine hexe die schwebt in der luft in trance schwebt dieses wesen hier in der luft und versucht zu zaubern crazy 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 ja das war die tür wo wir vorhin reingeguckt haben ja immer von dieser seite so ein bisschen und hier wird anscheinend die burg auch von skulk aufgefressen das ist oder das kommt auch noch da habt ihr auch noch ein bisschen was worauf ihr freuen könnt da ist noch ein gewaltiges skulk vorkommen dass uns hier das leben schwer machen wird in halloween town irgendwann mal kurz die karte gucken so hier seht ihr den bereich hier ua da ist offenbar schon was bis hierhin vorgedrungen so und auch das ist leider alles verschlossen kommt man nicht ran so hier ein bett da ein kleiderschrank und das war's so wir verlassen mal den raum hier oben und schweben noch einmal über die dinge hinüber herüber und schauen uns vielleicht noch mal ein paar details an und natürlich müssen wir uns auch die fledermaus noch mal ansehen ich finde die ist ziemlich nice geworden ziemlich blocky ja aber trotzdem sehr sehr schön und sieht unfassbar cool aus war auch mit den leuchtenden augen wenn man da mal reingeht eine stinknormale komparator glock lässt die augen leuchtend ja welche details müssen noch angucken die wolken sind natürlich auch echt cool gemacht erinnern an die minecraft wolken sind aber mit den glas scheiben etwas detaillierter und geben dem ganzen eine tolle atmosphäre wirklich sehr 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 schön kommt auf den server und schaut es euch selbst so und ich möchte mich von euch verabschieden aber ich leide mich angemessen dafür ich würde sagen macht es gut besucht mal wieder ein paar lost places aber vorsicht dabei ja und vor allen dingen tut nichts was sie nicht auch tun würde so